12 januar 2021 wir sind jetzt hier in nord costa rica fast an der grenze zu nicaragua und heute geht es in die wildnis wir sind mit dem auto jetzt hierher bis zum platz gefahren und gleich werden ja abgeholt mit unserem bus kommen wir nicht mehr weiter und unsere lodge liegt wunderbar auf dem berg und von da aus haben wir einen fantastischen blick auf den nicaraguasee und da werden wir drei nächte bleiben seid ihr gespannt ja sehr gespannt ich entführe meine gruppe in die wildnis und so geht es weiter mit dem jeep so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 18. Januar 2021. Heute geht es auf Wanderschaft und zwar ein Tagesausflug zum Vulkan Barra. Der ist ja im Hintergrund. Sieht man ihn? Genau. Direkt vorm Zimmer darf der Rainer jeden Morgen mit Sonnenaufgang diesen Blick Richtung Vulkan Barra genießen. Und heute fahren wir da hoch auf 2900 Meter Höhe und mal gucken, die ersten Wolken, die ziehen schon auf. Nebelwald und es kann sein, dass wir nur 10 Grad da oben haben. Wir sind gespannt und ja, wir sind heute sportlich unterwegs. Genau. Aber sicher. Pura Vida. Pura Vida. Ja, wir sind hier auf 2500 Meter Höhe im Vulkan Barra. Wir stehen hier. Wo stehen wir, Rainer? Ja. Auch das ist Costa Rica hier im Pura Vida Land. Die Ticos sind sehr, sehr gechillt und haben wohl entschlossen, obwohl ich online geguckt habe, es hieß, dass der Park offen hat. Und wir stehen jetzt hier vor geschlossenen Türen. Aber es ist nicht ganz so dramatisch, weil unser Bus steht drei Kilometer weiter südlich. Wir mussten drei Kilometer laufen und hier haben wir schon dieses typische Vegetation Nebelwald. Und wir probieren es einfach nochmal, ne? Ja. Genau. Wir haben hier Spekulatisse aus Deutschland mit dabei und ja. Westposten. Westposten. Und wir werden einfach wieder hier hochkommen. Es ist trotzdem schön, ne? Was sagt ihr? Ja. Ja. Wunderbar. Heute ist abgehauen. Musik 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 Musik